Ja, ich war ja vorhin auch besser in der Map hier. Also von daher. Du musst ja, obwohl du wirst ja nicht mal, jawohl. Richtig. Stimmt, du failst ja doch. Sag ich doch. Dann habe ich ja doch noch eine Chance. Auf dem Trophy. Vielleicht verkacken wir es ja auch richtig. Vielleicht verkacken wir ja meine noch jetzt. Nein. Warum guckst du boxen, ey? Mal ehrlich. Vierter, Vierter. Nein. Vierter, wir sind gleich auf, ey. Echt? Bist du auch Vierter geworden? Wir sind nicht Erster. Oh Gott. Das wird's. Oh Gott. Jetzt verkacken wir hier noch. Oh Gott. Wir sind nicht Erster, ey. Oh. Alter, jetzt muss der Erster ran, ey. Krass, Mann. Der muss eine harte Faust haben, ey. Wenn der dir gegen den Kopf hauen würde, würdest du einen Gelegbruch haben, ey. Ja. Ja. Ich fahre gerade echt gut. Ja, ich nicht, ey. Nicht, dass ich, äh... Du hast ja auch keine, äh... Krokodile, die sich abballern. Das hat der gerade wieder gemacht. Äh... Und das kostet zwei Bananen. Zwei Bananen sind so teuer. Weißt du, was eine schöne Freude ist? Schadenfreude. Ja, komm, leck mich, ey. Nein. Was ist die letzte Merk? Kann ich da was reißen? Das ist, äh... Stimmt, was ist das hier meine Merk? Die Geister. Ja, kann ich echt nicht wirklich verseißen. Vielleicht, ja doch. Wichtig ist, dass ich jetzt erstmal Zweiter werde, Mann. Das schau ich auch nicht mehr. Obwohl, da ist er ja. Nein! Ist noch nicht Final, ne? Ist noch nicht Final, nein. Ganz ruhig, ganz ruhig. Merkst du's ja auch nie. Merkst du's durch. Geh raum. Du willst... Sack. Ich hab ihn eingeholt. Guck mal, jetzt holst du nur mich ein. Ich hol dich locker ein. Ich hab ne Banane mehr. Ja, ja, jawohl. Das ändert jetzt auch nicht mehr viel. Bin ich dagegen gefühlt. Ich fahr um. Jawohl! Nein! Doch! Doch! Das kann auch nur mir passieren. Doch! Deiner, blöder... Ja, ja, du bist Dritter. Du bist Dritter. Scheiß werde ich Dritter, Mann. Halt's Maul. Du bist Dritter. Und eingeholt. Nein. Nein, nein, nein. Ich leg noch ein Öfleck jetzt, ey. Da fliegst du rein, ey. Zweiter, 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 zweiter. Bin ich Zweiter? Nein, du bist Dritter geworden. Ich bin Zweiter geworden. Ja, ich bin Zweiter. Jetzt teilen wir uns. Ey, wenn wir uns das Ding jetzt teilen, ne? Dann raste ich aus. Wenn wir uns das teilen, ey. Jeder einmal Vierter geworden. Hehehehe. Okay. Das ist Deine Map, aber ich werde dagegen anspielen. Der hat so blöde Fleck. Ja, ich weiß schon, wo er liegt. Nein, er liegt wieder nicht. Sieht aus? Ja. Oh, du bist. Aber gut, dass du mir das gesagt hast. Ja, echt, ich habe auch... ...parteiisch, ey. Meins. Alter, ich glaub's nicht. Danke, ich hab's die Bananen bekommen. Kein Ding. Du hast neun Bananen? Ich hab neun Bananen. Ich hab mir meine zehnte und elf. Sieben hab ich, scheiße. Ich krieg dich nicht mehr. Ich krieg den letzten Togen nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Teilen. Teilen. Du bist nicht dritter. Doch, werde ich. Ja doch, du bist dritter, das ist gut. Werd mal dritter, bitte. Nein, dann müssen wir teilen. Guck mal, ob ich dich damit erwische, ey. Schade. Ich hab den Togo nicht bekommen. Erster. Wir teilen. Das ist nicht schön, ey. Alle mal den Draco auslachen, bitte. Ich bin schuld, oder was? Du bist schuld, du bist nur schlecht. Ich hab gegen deine Mett gegen den Vorteil. Gegen Heldenbonus sowieso die ganze Zeit, ey. Guck mal, wie schön. Oh, wir teilen. Da komm ich nicht hin, ey. Ich hab schon einmal rausgeguckt, das reicht. Und was hab ich noch ganz am Anfang gesagt, das ist dein Betroff. Ja, ja. Okay, ich nehm die mit. So, haben wir alles. No. Wir haben uns geprügelt, wir haben schon so viel. Witzpick. Witzpick, Witzpick. Die haben wir selber heute noch nicht gefunden. Hast du die andere, ne? Wir haben nie vor. Hier in diesem Zimmer musst du alles jeden Tag neu suchen. Ne, ne. Wotlos. Ich darf jetzt erstens probieren. Du meinst schaffen. Schafft, er ist jetzt verkehrt worden. Oh mein. Ach, das ist echt schwer, das ist echt schwer mit den Toren. Ja. De, 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 de. Die Musik ist cool. Ja, stimmt. Die ist echt cool. You can't beat me. Obwohl wir es ja eigentlich schon mal geschafft haben. Aber er erinnert sich nicht daran, oder? Alzheimer. Alzheimer. Er erinnert sich nicht. Schade. Gut. Was kommt da für ein Film hin? Keine Ahnung. Ne, ich hab auch deinen Bruder gefragt. Ja, ist, egal. Keine Ahnung. Ich muss jetzt links fahren, oder? Sag mal, wo die Turbos jetzt sind, bitte. Ja, du musst es wissen, jetzt ist der rechts. Wieso muss ich das wissen? Weil du alles verkehrt rumdenken musst. Wow, den hab ich noch. Und außen lang, ja, so gut. Und rechts. Ja. Aber das ist hier nicht so schlimm. Wenn ich jetzt nur noch perfekt fahren würde. Würde. Okay, jetzt hast du die ganze Map schon mal gesehen. Das ist dein Vorteil. Du hast die jetzt auch schon mal gesehen. Ich hab die jetzt auch schon. Aber. Zwei Runden Zeit. Zwei Runden Zeit, hier alles geradezu. Genau. Ich wollte schon wieder rechts, hast du es gesehen, ey. Ja, bitte. Jetzt muss ich rechts. Ja, also links. Und dann ganz stark rechts. Und nach innen. Wie geil. Rechts. Hab ich. Schön. Jetzt noch die letzte Map, dann haben wir's. First try, let's the lab. Er sagt immer Map. Ich sag wirklich immer Map. Ich bin grad, lenke mich nicht ab. Halt's Maul. Hier sind keine Bananen. Ich will nochmal dazu sagen, dass die Schildkröte bei den Turus Merz gibt, als jeder andere. Weil die grünen, weil die grünen ist. Okay, weiter lehnt's jetzt. Und jetzt seh ich wenigstens, wo ich hinspringe. Ich würd sagen, wenn ich jetzt nicht völlig fail. Ich hab' nicht mal die Gelegenheit, irgendwas anderes zu beweisen. Du brauchst ja auch nichts mehr weisen, weil ich schon ausreiche, ey. Jaaa, dafür darfst du jetzt die ganzen Weltall-Münzen sammeln. Das wird geil. Wieso ich? Es gibt ja keinen Weltall-Kampf, oder? Doch. Nein, ich mein... Äh, von wegen Schlüssel in einer Map versteckt und so. Ah ja, doch. Das gibt's nicht. Ne. Wie dumm das ist. Voll dumm. Aber sonst hätte ich den auch gewonnen. Oder haben wir das Spiel noch nie zu 100 Prozent? Nein, wir haben das zu 100 Prozent. Bist du sicher? Es gibt auch keine neue Maske. Also. Neue Maske? Ja, so ne Schweinsmaske brauchst du auch nicht mehr. Ja und? Ja, also brauchst du auch keine Urteile mehr. Ja, okay, das reicht. Kann man das jetzt wegdrücken? Ah, wollen wir das rausnehmen? Nimm's raus. Ich nehm's raus. Bis gleich. So, dann sind wir wieder. Credits auch gleich weggelassen. Willst du mit? Willst du mir eigentlich verarschen? Was willst du mal? So. Ja. Wir haben's dann auch gleich. Ja. An einem Tag. An einem Tag. An einem Tag. Muss ich den Vogel nochmal holen? Ne, ne? Ne. Okay. Wow. Jetzt wissen wir's besser. Mwah. Noch ne Videoszene. Wieder Schildkröte am Steuer. Weil eins Player. Ja. Unglaublich. und unglaubliche Special Effects. Vor allem, wo sind wir jetzt? Ja. Hab ich vorhin auch schon gesagt. Hast du schon gesagt? Und warum sind wir? Und warum sind wir? Gehen wir in die Space Dust Alley. Ja.